Nein, ich nehme mir das. Okay. Au! Ist der Markus schon wieder da? Wieder. Okay. Selbst machen, glaube ich. Einmal zeigen, in welche Richtung das es geht. Juve. Das sind die unkontrollierten Ausputzer von den Bots. Oh, ist das schlecht. Abgefangen. Ich glaube, die wissen, wo das du weißt. Na, schauen wir mal. Du bist dein Schuss. Ich glaube, oben durch. Ich bin ein bisschen hinterher gehinkt. Mir selbst. Ja, da müssen wir ein Scheintuch kombinieren. Das ist nichts. Ja, da müssen wir ein Scheintuch kombinieren. Ja, da müssen wir einmal berühren spielen vielleicht. Ja, dann schauen. Wie gesagt. Lodi, du musst schauen, dass du die Kugeln... Mal schauen, dass ich es zu dir spüre und du verbringst den vier Rädern. Gibt ja nichts. Ja. Jetzt hat mich der eigene Bot blockiert. Ja. Ja. Ja, da hat sich der Bot nicht entschließen können, ob er hingehen soll oder nicht. Ja. Ich stehe ein ganz sehr enger Mann. Ich spiele. Ja, nicht zu lange. Jawohl. Na, okay. Was? Wachhaft. Ist ja so, dass die spielen, die haben einmal mehr in der Offensive. Das ist das, was sie dann bemerkbar machen. Ja, das merkt man auf jeden Fall. Ja. Zwei Mal haben wir's... Aber jetzt kommen... Und wieder. Nein, es funktioniert nichts. Gott, zumindest der ist gegangen. Es kommt nichts an. Das ist ein bisschen konfus bei uns. Es geht gar nichts bei uns. Egal was ich drücke, normaler Pass, langer Pass, es kommt keiner. Nichts kommt durch. Sie sind ziemlich schnell bei uns. Jetzt müssen die Pass genau kommen. Sie lassen uns keinen Raum. Warum spielt er dort hin? Ich habe auf dich gezählt. Spiel doch schlachten. Bot. Ich habe da wirklich auf dich gezählt. Möglicherweise weil meiner auf den Bot geguckt hat oder so, keine Ahnung, aber... Ich gehe nur für Kripte. Ich gehe nur für Kripte. Ich gehe nur für Kripte. Das gibt es auch nicht. Ich gehe nur für Kripte. Schnell spielen müssen wir, Ginti, einfach nur schnell spielen. Guck mal. Fesseln komm nicht an. Probieren wir es so einmal. Geht auch nicht. Ja, das ist, sechste. Wir dürfen nicht nur hochspielen, gerade flogen ist das Viergeist, ist ja so. Warum spiel dann zu dem? Ich hab doch da neben mir zu dem gefühlt. Ring-Grollo runter machen, die Sonne blendet auf meinem Bildschirm. Au, falsche Richtung. Sonne? Jetzt aber. Mach's. Jawohl. Schön. Siehst du dich? Die sind in der Offensive sicher stärker als in der Defensive. Die haben vielleicht keinen in der Defensive. Schauen wir mal. Das Problem ist, dass wir den Ball bis Vierge bringen. Aber die haben schon wegen der Defensive, weil sonst könnten sie ja nicht so ein Pressing spielen auf uns. Ja, ja. Klar. Ja, aber ich seh dir nur den Special One und die zwei Stürmer da. Die anderen sind alles bot. Der tickt der X4 da. Versuchen viel durch die Mitte zu kombinieren, wenn wir das zustellen, dann... Wie gesagt, das sind bot, die spielen gerade mit zwei vorne. Ja. Der Rest ist bot. Mal diese Schusstäuschung und Drehungen, da kommen alle mit Ansage. Versuchen nicht mal in die Mitte zu ziehen. Ich spiele sehr krafttrabend, die Partie, aber ich laufe zu viel schneller. Ja, ich bin nämlich die Tasche bei der Hälfte, glaube ich. 6-3, okay. 6-6. 6-5. Da schauen wir gut aus. Aber ich merke es, ich laufe sehr viel schnell und sehr viel unnötige Meter in der Partie. Und tun wir noch immer Schwärmen orientieren, wo ich eigentlich gerade hinkehre. Also... In Relation zu dem Gegner. Weil die doch sehr druckhaft spielen. Okay. 45 Minuten zu gehen, als wir in der zweiten Hälfte starten. Der Druck voll. Aha. Die Opposition zurück, da können sie in Trouble sein. Und der Ball kommt hier. Wie ist dieser Pässe, ne? Jetzt was? wenn natürlich nicht bei den Ballen gehen ich glaube extra hin und trotzdem er bei mir geht es doch mal ist weil er auch durch bei diesen ist ein normales nun nach sie haben die gebraucht ganz kurz das war es die Pots haben die gebraucht also hätten scheinig geflankt aber er hat mich nur gebraucht dann machen wir halt eine äcker ist auch gut jetzt da ist doch genau auf ihn gegangen eigenen leuten ist weg gedrängt ich schaue da vorne was ich schaue euch zu drinnen Achtung da hätte der Torwart kommen müssen ja da der Torwart zu da müssen wir halt noch ein Tor machen ja da war der Fehler schon ich habe mich auch vom vom Eckballnehmer wegprobiert weil ich euch zugeschaut habe da hätte ich längst schon wieder zurückgemessen da, zum Markus habe ich gepasst was soll das Bote aber jetzt geht es und jawohl 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 tön Aber der Teuter sieht natürlich auch überragend aus, ne? Ja, aber was ist denn am Schloch? Er hat einen Telemark hingelegt. Das ist der Schwareme. Oh, was ist denn da los, ey? Sehr schön, Boz. Was kommt nicht? Gut. Gut. Bin Mitte. Bin. Sehr gefährlich von dem Boz. Das war wieder... Nichts gefordert, gar nichts. Und er redet, dass der Passage in Spiel war. Er konnte die Interception machen. Fuck. Oder hat er nicht gedacht? Ja, genau. Und der Cross kommt in jetzt. Das ist eine gute, effektive Spiel, von dem Mann nach hinten. Er geht für den Ziel. Oh! Schaut er. Jetzt werden wir gefährlich wieder. Ja. Und die haben wir ein bisschen rausgebracht da. Uiuiuiuiuiui. Fuck. Er ist durch. Ja, was willst du da? Das ist Dreck. Dreck. Machen wir halt noch ein Tor. Fällt mir die Abwehr bitte auch sehr defensiv, weil es fällt mir nicht wie weit vorne die ja stehen. Was? Ja. Das ist ein Tor. Ja. Das ist ein Tor. Ja. 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 Das ist sein Tor. Ja. Aber das ist so. Das ist ja das. Das ist ja. 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 unsere wieder nix an ja auch das die Sammelsler die Oster es soll ich schon wollen ja unser Mourinho special special one Und dann. Hammer. Okay, hallo. Böses Fall vielleicht? Hätte er vollgreifen müssen. Spinn-Bot. Nicht mehr. Jetzt da Mitte. Erstens. Boah, echt. Ich sehe schon, wie hat ein Momentum, ey. Dann müssen wir jetzt drüber. Jetzt müssen wir dort machen. Wie müssen die wieder unter Druck setzen? Dann können die Kator machen. Wir müssen gewinnen. Oder das. Boah, ich drehe durch. Das ist genau in dem Moment, wo ich nach hinten rennen möchte. Ich habe blöd gespielt, was da wirklich Licht ist. Mein Gott, wie glücklich der Ball immer bei dem landet So, jetzt sind sie aber klar Das gibt's doch gar nicht Okay, jetzt Oh, nein, ich war durch Jetzt! Lauf dir frei Der spielt einfach nicht nach vorne Immer quer Immer wenn ich den Ball fahre, dann spielt er weg Schade, dass man verschenkt in zwei Punkte Der hat wirklich, ich glaube, mit zwei Stimmen gespielt Ingame ist der Ton jetzt auch okay Übrigens, Markus, wenn ich rede Bei meinem Mikoyo Ton, meine ich, ist jetzt wieder okay 6, 9, 7, 1 Trotz der M, nur 1 zu 1 Nein, 2 zu 2 war es, nein? Naja, 5 Punkte Eben 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 9 7 7 8 7 8 8 7 8 8 9 9 8 9 9 9 9 9